Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so einen Toaster eigentlich wieder richtig reinigen und vor allem von Krümel hier innen drin befreien kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unseren Toaster unbedingt von Strom nehmen, nicht dass hier irgendwas noch passieren kann. Danach stellen wir diesen am besten einmal auf ein Tablett oder auf ein Backblech und nehmen uns einmal eine kleine Zahnbürste bzw. auch einen dünnen Pinsel zur Hand. Hiermit können wir jetzt nämlich schon schauen, dass wir die ganzen Krümelreste in unserem Toaster einmal lockern können, auch am Boden unten. Das sollte relativ gut gehen. Wichtig ist nur, dass du hier wirklich keine spitzen Gegenstände wie zum Beispiel ein Messer verwendest, denn das tut dem Toaster natürlich nicht so gut. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir mal die sogenannte Krümelschublade öffnen. Bei mir ist es jetzt so, dass sie hier auf der Seite ist. Kann auch sein, dass man sie zum Beispiel vorne oder hier hinten unten vorfinden kann. Diese kann man nämlich normalerweise einfach rausziehen, so wie bei mir jetzt. Und da liegen die ganzen Krümel drauf, die wo man jetzt gelöst hat. Die Krümel kann ich entweder gleich in den Müll geben oder wie bei mir hier einfach mal auf dem Tablett zwischenlagern. Anschließend können wir diese unter fließendem Wasser einmal sauber machen. Sollte recht leicht gehen, da ja die Krümel nur locker drauf liegen. Und dann sofort abtrocknen, da wir danach nicht haben möchten, dass irgendetwas Nasses in den Toaster reinkommt. Nun das Gerät einmal auf den Kopf stellen und dann mit Gefühl hier etwas schütteln, dass die Krümel auch wirklich rausfliegen. Das machen wir so lange, bis ich keine Krümel mehr erkennen kann. Bei mir sollte es jetzt auch schon reichen. Jetzt kann ich diesen einfach mal wieder umdrehen, neben das Tablett stellen und die ganzen Krümel hier in den normalen Restmüll schmeißen. Wichtig, diese solltest du nicht in den Abfluss geben, da der Abfluss dadurch um einiges leichter verstopfen kann, was wir natürlich nicht haben möchten. Zum Schluss die Krümel-Schublade wieder richtig herum einsetzen und jetzt können wir das Gerät hier außen noch mit einem feuchten Lappen einfach abwischen. Wenn du einen Edelstahl-Toaster hast, dann kann ich dir empfehlen, auch noch einen Schuss Essig dazu zu geben. Dadurch wird der Edelstahl wieder nach schön glänzen. Und somit haben wir unseren Toaster jetzt auch schon richtig von außen und vor allem auch von innen gereinigt. Wenn du dir für zu Hause so ein Tablett oder auch gleich einen neuen Toaster zulegen möchtest, weil dein einfach schon sehr alt ist und nicht mehr richtig funktioniert, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eines von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.